Okay, ich bin Markus aus Aachen, habe in Aachen Informatik studiert, bin Informatiker und bin hier beim Photonic Camp mit einer dreidimensionalen Projektionsfläche, dem Projekter Hedron und fand es echt super. Ich fand es super, dass so viele verschiedene Leute hier waren, die halt alle was anderes machen, aber alle irgendwie dieselben Einstellungen haben, sag ich mal so. Und halt, ja, Austausch war super, Networking und also ich würde es auf jeden Fall wieder machen, wenn es es nochmal gibt. Ja, ich habe ein Projekt der Hedron vorgestellt, das ist so eine dreidimensionalen Projektionsfläche, die von innen projiziert wird und die in der Lage ist, einfach dreidimensional im Raum Sachen darzustellen.